Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kollegin, die gerade eben sehr ausführlich auf das eingegangen ist, was jetzt auch in der Berichterstattung dort wieder erwähnt wurde, will ich jetzt nicht wiederholen. Von daher empfehle ich jedem vielleicht den Bericht zu lesen und dann zu sehen, was wirklich von Kita bis zur Oberstufe dort an guten Maßnahmen, guten Initiativen auf den Weg gebracht wurde. Damit möchte ich auch schließen. Wir lehnen diesen Antrag ab.